Hier halte ich ein Stück Kreide in den Händen. Unter welchem Winkel wird die Kreide brechen, wenn ich an den beiden Enden feste ziehe? Die Bruchflächen gehen senkrecht durch die Kreideachse durch. Nicht irgendwie schräg, sondern wirklich senkrecht zur Zugkraft. Schaut man sich die Proben von Zugversuchen an, findet man ein ähnliches Bruchverhalten, zum Beispiel bei diesen spröden Gusseisenproben. Aber einige Werkstoffe brechen anders. Ihre Schnittfläche ist ungefähr um 45 Grad geneigt. Warum das? Willkommen bei Techmech mit Jan Jello. In diesem Video geht es um die Festigkeitslehre, genauer um Spannungen und noch genauer um den Mohr'schen Spannungskreis. Also zurück zur Frage. Wieso brechen einige Materialien quer zur Achse und andere unter 45 Grad? Ein Stab, wie zum Beispiel die Kreide, unterliegt einer äußeren Belastung durch Zug. Die Zugkraft erzeugt im Inneren des Stabes eine innere Belastung. Die habe ich hier durch einen gelben Vektor dargestellt, der an der virtuellen Bruchfläche angreift. Das soll ein Kraftvektor sein, und er wirkt natürlich nur, solange die Kreide noch nicht zerteilt ist. Wir analysieren also, welche Form die innere Belastung auf eine Fläche innerhalb der Kreide hat. Solange diese virtuelle Schnittfläche senkrecht zur Kreideachse orientiert ist, ist die gelbe innere Kraft genauso groß wie die äußere rote Zugkraft. Welche Belastungen wirken denn auf eine Fläche, die nicht senkrecht zur Kreideachse ist? Bei schrägen Flächen teilt man den inneren Kraftvektor in seine Komponenten auf. Eine, die immer senkrecht zur virtuellen Schnittfläche bleibt, das ist die Normalkraft. Und eine Komponente, die in der Schnittfläche liegt, also tangential wirkt, das ist die Schubkraft. Aus diesen beiden ergeben sich auch zwei Arten von Spannungen, nämlich eine Normalspannung und eine Schubspannung. Warum diese Doppelung? Kann man nicht mit einer einzigen schrägen inneren Spannung arbeiten? Leider nein. Die beiden Spannungsarten wirken sehr unterschiedlich auf ein Material. Verschiedene Werkstoffe sind auch unterschiedlich sensibel gegenüber verschiedenen Spannungen. Normalspannungen trennen die Körner in Zugrichtung. Die Korngrenzen wirken hier wie Sollbruchstellen und erzeugen so den für spröde Materialien typischen Sprötbruch oder auch Trennbruch genannt. Andere Werkstoffe sind dagegen viel empfindlicher gegenüber Schubspannungen. Schubspannungen führen bei ihnen zum Abgleiten von Gleitebenen bis hin zum sogenannten Gleitbruch. Hier sind solche Gleitebenen die Sollbruchstelle. Damit haben wir aber noch nicht die Winkelabhängigkeit der Bruchquerschnitte geklärt. Um das zu tun, betrachtet man die virtuellen Schnittflächen bei unterschiedlichen Winkeln. Mit dem Winkel ändert sich die Größe der Komponenten. Zum Beispiel wird die Normalkraft, hier in Blau, mit wachsendem Winkel immer kleiner. Die Schubkraft, hier in Pink, wird dagegen immer größer. Mit diesen Komponenten ändert sich auch die Normal- und die Schubspannung. Für den Bruch ist jetzt entscheidend, unter welchem Querschnittswinkel sind die beiden Spannungen wie groß. Das ist nicht schwer herauszubekommen. Spannung ist Kraft pro Fläche. Hier wird zunächst mal eine Fläche betrachtet, die bei 0 Grad liegt, also senkrecht zu der Zugkraft. Zugkraft F geteilt durch die Fläche A0 ergibt eine Spannung. Das Formelzeichen der Spannung ist übrigens ein Sigma. Diese Spannung dient als Referenz, weil sie sich auf einen Querschnitt bezieht, der senkrecht zur Kraft liegt. Sie wird deswegen mit dem Index 0 versehen. Die Kraft und damit auch die Spannung ändert sich nämlich mit dem Winkel der virtuellen Schnittfläche. Hier bei 0 Grad ist die Normalkraft 100 Prozent so groß wie die Zugkraft. Es gibt keine Schubkraft. Beispiel. Bei einer Zugkraft von 140 Newton und einer Fläche von 140 Quadratmillimeter wäre die Spannung Sigma Null 1 Newton pro Quadratmillimeter groß. Mit wachsendem Schnittwinkel entsteht eine tangentiale Kraftkomponente FT. Die normale Kraftkomponente Fn löst sich aus dem waagerechten Kraftvektor und wird kleiner. Aber wie wird sie kleiner? Linear? Exponentiell? Nein. Eine Funktion, die mit dem Winkel kleiner wird, ist der Cosinus. Daher ist Fn gleich F mal Cosinus Phi. Die Schubkraft wächst dagegen von Null an. Daher ist FT, T für Tangential, F mal Sinus Phi. Diese Kräfte müssten dann durch die schräge Fläche geteilt werden. Die schräge Fläche nenne ich einfach mal A, ohne der Komponente Index. Die anfängliche Querschnittsfläche A Null verhält sich, als sei sie der Cosinus-Anteil von A. A Null ist gleich A mal Cosinus Phi. Oder andersherum, A ist A Null durch Cosinus Phi. Mit diesen Umformungen lässt sich jetzt das Verhalten der Spannungen beschreiben. Die Normalspannung Sigma ist unter einem Winkel Phi gleich der Normalkraft durch die vergrößerte Fläche. Und das ist gleich Zugkraft durch Originalquerschnitt mal Cosinus Quadrat. Das F im Zähler und das A Null im Nenner lässt sich zusammenfassen. Wir hatten F durch A Null vorhin schon Sigma Null genannt. Das setze ich hier ein. Letzter Schritt, das Cosinus Quadrat. Es lässt sich durch ein sogenanntes Additionstheorem so beschreiben. Ein Halb mal 1 plus Cosinus von 2 Phi. Das scheint jetzt eine unnötige Verkomplizierung zu sein, lässt sich aber später, wenn wir das Ganze in ein Bild umwandeln, sehr einleuchtend verstehen. Insgesamt sieht die Formel für die Normalspannung auf der schrägen Fläche jetzt so aus. Aber das war mir persönlich noch zu abstrakt. Ich wollte mal wissen, wie der Graph dieser Funktion aussieht und habe ihn mir in Excel darstellen lassen. Voila, was fällt auf? Erstens, dass es sich um eine Cosinus-Kurve handelt. Zweitens, dass alle Werte positiv sind. Die X-Achse ist ganz unten. Was bedeutet, dass die Normalspannung in der Kreide, also die blaue Komponente, immer eine Zug- und nie eine Druckspannung sein wird. Sie zeigt immer möglichst in die Gegenrichtung zum roten Zugvektor. Und drittens, dass die Cosinus-Kurve sich nicht ab 360 Grad wiederholt, sondern schon ab 180 Grad. Das liegt natürlich an der Verdopplung des Winkels in der Formel. Diese Verdopplung ist logisch. Ob ich zum Beispiel ein Baguette von oben nach unten durchschneide, also im Winkel von 0 Grad, oder ob ich es von unten nach oben durchschneide, also im Winkel von 180 Grad. Beides liefert mir dieselbe Schnittfläche. Das gleiche gilt, wenn ich das Baguette in 10 oder in 190 Grad durchschneide. Die Schnittfläche sieht 180 Grad später genauso aus. Und wie ist das bei der Schubspannung? Wie sieht da die Funktion aus und der Graph? Wir starten wieder bei den Kräften. An dem rechtwinkligen Kräftedreieck, unten links, erkennt man, Ft ist die Sinus-Komponente der inneren Kraft F. Die Schubspannung hat das Formelzeichen Tau. Tau ist gleich der Tangentialkraft Ft, geteilt durch die schräge Schnittfläche. Das ergibt diesmal ein Sinus mal Kosinus im Zähler. Sinus mal Kosinus wandeln wir wieder mit einem Additionstheorem um. Es wird durch einen Sinus des doppelten Winkels ersetzt. Also auch hier die Winkelverdopplung. Das Diagramm dieser Funktion liefert erstens eine Sinuskurve und zweitens eine, die sowohl positiv als auch negativ wird. Ab 90 Grad und damit ab einem waagerechten Schnitt durch die ganze Kreidenlänge, wechselt die Schubspannung ihre Richtung. Der lila Vektor zeigt nämlich nicht nur nach unten, sondern kann auch nach oben zeigen. Je nachdem, ob die schräge Fläche mehr oder weniger als 90 Grad zur Hauptkraft orientiert ist. Diese Animation zeigt, wie die Schubspannung variiert, wenn der Schnitt über 90 Grad liegt. Und drittens, auch diese Sinuskurve erstreckt sich wegen der Winkelverdopplung nur bis 180 Grad. Aber was bedeutet das Tau gleich 0 bei 90 Grad für die Belastung in der Kreide? Gibt es bei 90 Grad keine Schubspannung? Doch, theoretisch schon. Aber sie wird extrem klein, denn sie verteilt sich auf eine sehr große Fläche. Betrachtet man nämlich mehrere parallel liegende Schnittflächen, dann ist die Kraft, die die Fläche links belastet, dieselbe wie die in den anderen Flächen. Je waagerechter die Schnittflächen liegen, umso mehr teilt sich die Zugkraft aber auf die Flächen auf. Und von diesen Flächen gibt es so extrem viele, dass die Gesamtfläche gegen unendlich geht. Die Kraft durch eine sehr große Fläche geteilt, ergibt dann ein Tau, das gegen Null geht. Fassen wir jetzt mal beide Spannungsverläufe zusammen. Jeder Schnittwinkel liefert zwei unterschiedliche Spannungen. Blaue Kurve die Normalspannung, pink die Schubspannung. Welche Spannung ist bei welchem Winkel am größten? Die Normalspannung ist bei 0 Grad am größten. Und die Schubspannung? Überraschung, bei 45 Grad und entsprechend bei 135 Grad. Damit haben wir endlich den Grund dafür gefunden, dass manche Werkstoffe bei 45 Grad brechen und nicht wie die Kreide bei 0 Grad. Doch eine Frage bleibt. In diesem Video geht es um den Mohrschen Spannungskreis. Was haben die Spannungskurven mit einem Kreis zu tun? Die Antwort ist so einfach wie genial. Dem Ingenieur Herrn Mohr waren zwei Kurven in einem Diagramm unnötig viel Aufwand. Er wollte beide Infos, also Normal- und Schubspannungswert, mit einem einzigen Blick erfassen. Wie hat er das hinbekommen? Er stellte erst einmal jede Kurve als Kreisdiagramm dar. Hier sehen wir den Zusammenhang zwischen einem Liniendiagramm rechts und seinem Kreisdiagramm links. In einem Kreisdiagramm zeigt die Spitze des blauen Zeigers die Spannung an. Der zugehörige Schnittwinkel ist auch der halbe Winkel des blauen Zeigers. Oder umgekehrt, der Schnittwinkel mal 2 liegt zwischen der x-Achse und dem blauen Zeiger. Die Spannung selbst kann man an der y-Achse ablesen. Mohr dachte sich, dass ja dann noch die x-Achse frei wäre. Also fügte er die andere Spannungskurve mit in das Diagramm hinein. Den Zeiger reduzierte er auf einen Punkt, an dem die Zeigerspitze den Kreis berührt. Die Werte der blauen Sinuskurve, die rechts durch den senkrechten Strich gehen, liegen im Kreisdiagramm immer noch auf der y-Achse. Da die blaue Kurve die Werte der Schubspannung anzeigt, kann man diese Schubspannungswerte an der y-Achse des Kreises ablesen. Darum ist die y-Achse auch die tau-Achse. Die neue rote Kurve gibt den Verlauf der Normalspannung an. Die Werte der Normalspannung entsprechen jetzt den x-Abständen des kreisenden Punktes. Man kann also an der x-Achse die Werte der Normalspannung ablesen. Die x-Achse ist daher auch die Sigma-Achse. Fazit. Beide Spannungswerte, Normal- und Schubspannung, können nun auf einen Blick als x- und y-Wert abgelesen werden. Den zugehörigen Winkel entnimmt man aus dem Winkel, unter dem der Punkt gerade steht, und teilt ihn durch zwei. Blöd ist nur eine Sache. Bei dieser Darstellung wird die Normalspannung auch mal negativ. Bei unserer Kreide ist die Normalspannung aber immer positiv. Wie bringt man das mit diesem Spannungskreis in Einklang? Die Lösung ist, Koordinatenachse verschieben. Bei der Schubspannung geht die x-Achse mitten durch die Sinuskurve durch. Oben ist Plus, unten ist Minus. Bei der Kosinuskurve der Normalspannung liegt sie aber am unteren Rand. Legt man beide Diagramme übereinander, sind deren x-Achsen versetzt. Schiebt man jetzt die untere x-Achse auf die obere, verschiebt man im Kreisdiagramm gleichzeitig die Tauachse nach links. Jetzt befinden sich die Sigma-Werte wieder im positiven x-Bereich, auch beim Kreis. Okay, wie wendet man den Wurschen-Spannungskreis jetzt an? Beispiel. Gesucht sind die Spannungswerte in der Kreide, die von einer Schnittebene bei 32 Grad ausgehalten werden muss. Dabei zieht ein experimentierfreudiger YouTuber die Kreide mit einem Newton pro Quadratmillimeter Zugspannung auseinander. Lösung? Im Kreisdiagramm legt man den Zeiger vom Kreismittelpunkt auf 2 x 32 Grad. Er stellt dort auf dem Umfang einen Punkt und liest dessen Koordinaten ab. Unten die Normalspannung mit 0,72 Newton pro Quadratmillimeter. Links die Schubspannung mit 0,45 Newton pro Quadratmillimeter. Soweit die Grundlagen. Falls dir jetzt einiges klarer geworden ist, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vielen Dank und Ciao!